Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Flick, was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt. Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal, zwei, drei, vier. Ist das dein Ernst? Es gibt nichts Besseres. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn die kitzeln. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Wie denn? Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal woher es kann. Na und pflückst du gern Meeren? Und du piekst nicht dabei? Au! Dann lass dich belehren. Schmerz geht bald vorbei. Du musst bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein, sonst tust du dir weh. Du bist verletzt und schaust nur drauf. Da um Pflücke gleich mit dem Richtkind drehen. Hast du das jetzt kapiert? Vollkommen. Danke, Balou. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Tschüß. Vielen Dank.